Wir haben diesen Sonntag die 45. Schweizerische Holzspaltmeisterschaft in Ergiswil am Napf. Bei der Holzspaltmeisterschaft gibt es verschiedene Kategorien. Das geht von Junioren, Frauen, Eliten bis Senioren. Bei der Frau ist es, dass sie sechs Deutsche bekommen. An je zwei Durchgänge. Die müssen sie vierteln. Jeder Teilnehmer kann selbst stoppen. Mit der Kiste kannst du eine Nummer ziehen. Dann wird das zugeglöselt. Dann kannst du die Kiste nehmen. Dann kannst du vorne über Spalten gehen. Und so geht es bei jeder Kategorie. Es gibt eigentlich zwei Durchgänge. Und dann werden die Zeiten zusammengezählt. Und dann gibt es noch ein Schlussresultat. Und das Schöne ist, dass heute Sergiswil so viele Teilnehmer sind. Das ist einfach fantastisch und es ist ein spezielles Volk. Mich denke ich, es ist ein urchiges Volk. So ländlich. Ich sage jetzt nicht hölzig, aber sehr verbunden mit der Natur. Es ist, glaube ich, schweizweit im Vereinsleben. Die Jungen, klar. Hier hinten sind wir noch etwas auf dem Land. Und das wird sicher die Zukunft haben. Und man hat heute wieder gesehen, wie hier junge Fünf-, Siebenjährige gespalten haben. Also es ist eine Freude, denen zuzuschauen. Und ich denke, wir werden auf dem richtigen Weg sein. Und wir können wieder junge Leute motivieren mit dem heutigen Anlass. Musik 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 Vielen Dank.